Martin? Ja klar! Anneliese! Bist du es? Martin, was machst du denn hier? Das geht mir. Ich bin hier der Chef. Ich bin hier der Lokomotive-Fahrer. Guck, hier ist mein Tresor. Alles klar. Wie geht's dir? Gut. Und jetzt? Auch gut, danke. Was machst du hier? Ja, ich war ein bisschen spazieren und dann hat's geregnet und ich muss mich unter den Dach stellen. Was willst du hier? Wie gesagt, ich bin der Chef von der Lokomotive. Alles klar. Guck hier, was wir so tun. Die Tür klippt. Oh, Martin, kommt fort. Ja, dir geht's gut, oder? Okay. 17.15 Uhr. Oh, 15.05 Uhr. Kann ich nehmen. Was machen wir jetzt? Spazieren? Okay, let's go! Schönes Wetter heute, ne? Ja, sehr schönes Wetter. Ich mein, es scheint die Sonne und es ist sehr windig. Ja? Ja. Oh, weißt du nicht so? Ah, das ist gut. Ah, okay. Und was machen wir jetzt? Spazieren? Ja. Weil du schönes Wetter. Ja. Und wo bist du? Mama Martin? Oh, mein Alter! Oh, mein Alter! Oh, mein Alter? Ich hoffe, ich hab den Kühlen vergessen. Oh, mein Alter! Oh, mein Alter! Aber auch noch manchmal! Ja, manchmal! Ja. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Gar nicht, äh... Was ist das jetzt? Einen Lunen Schaffergang. Ja, sollen wir nicht irgendwo anders hinfahren, ich mein? Doch! Ich fäll weg hier. Alles klar! Du hast die böse Bombe sind. Let's go! Du kannst ja schon mal vorgehen, oder? Ähm, Mama... Okay, aber nicht so schnell. Ich mein, äh... Ja, tschüss! Martin, was willst du denn hier? Ich bin da mit den PS4. Weil draußen war zu kalt. Du weißt, ich hab ja gesagt, wir wollten spazieren. Ja, ich hab dich verloren auf dem Weg. Ja, ich bin weggerannt. Ja, okay. Hast du gesehen? Du hast weggerannt. Nee, Scheißlobby. Und andere was. Und was machen wir heute noch? Zocken! Zocken! Nein! Oh nein! Hallo, wuhu! Ich bin hier! Wuhu! Deppel Stress! Wuhu! Danke. Sehr gut! Wuhu! Oh, Martin! Oh! Er will die Eier aufschaukeln! Was? Martin? Ich war doch grad noch zu... Egal. Der Gabi, Lisa! Oh mein Gott! Nein! Wuhu! Hi! Wuhu! Anneliese! Alles klar? Ja! Was machst du hier? Ja, ich sitz ein bisschen rum. Daher, dass du dann einfach wieder abgehauen ist von zu Hause. Ja? Immer wenn ich weglaufen kommst du mir mal hinterher. Wie machst du das? Ja, ich hab so'n Chip erwähnt. Egal. Ich hab heute die Zaubershow vorbereitet. Das! V.I.P. Show! Bitte nicht zu Hause nachmachen! Nur draußen! Die Zaubershow ist kaputt! Äh! Ich hab da jetzt zu Hause in die Zaubershow. Ja! 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 Das ist mein Auto! Wie geht das? Wie geht das? Ja! Das ist jetzt dein Auto! Ja! Ja? Scheiß Auto! Scheiß aus! Ja? Guck mal! Das braucht die Polizei. Hast du noch was anderes auf Lager von Saubertricks? Ja! Guck! Einfach ein Messer durchgebrochen! Guck mal zu! Und wo sind deine Klabuster? Meine Klabuster? Die sind zu Hause. Aber ich hab was anderes dabei. Die Triple Blue auch nicht? Ne, sind alles zu Hause. Sind alle noch in ihrer Verpackung drin. Ach so, die sind ja noch neu und so. Ja, nein, sie sind nicht neu. Die müssen einfach nur gut aufgehoben werden. Aber hier ist der Klabuster anzieher. Guck dir mal es einfach so, ganz fresh. So, dann gehst du! Hüppi! 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 Kannst du dir vorstellen, das ist Otto, Otto der Hinrehe, er hat gerne gefüllt, gibt es noch andere Freunde, die du hast, ja, Otto, hör auf die Jennifer, Jennifer, super Freund, das ist Jennifer, das ist Miriam, das ist Otto, da ist Jennifer und Miriam, ja, sehr viele Freunde, das sind auch ganz viele, ganz viele andere, aber der muss ja immer wieder zurück, Martin, deine Tasche ist auf, die Jennifer wollte lecken, die was, die Jennifer hat gerade geleckt, der beim Rucksack, der schlägt mich auf, hast du auch Socken dabei, ne, die Wegzeit ist vorbei, So, guckst du mal in meinem geheimen Fach, in meinem geheimen Fach, hallo, hey, Was, 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 was gesch zwr бл Du, wirst du, sag' ich boh'n Du, die Möse sind so richtig umgekippt. Der Tom und der Arnie. Martin, du bist echt doof. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe!